hallo hallo und herzlich willkommen zurück zu Kali und Barra spielen gilt was eins wieder zurück mit Erik und der Barra hallo Barra hallo in der letzten aufnahme ist mir wie schon aufgefallen ist mein internet einfach gesagt ich habe keine lust mehr hört auf damit ich will schlafen deswegen müssen wir heute noch mal die Missionen neu anfangen die wir dazu also angefangen haben gut ähm do your thing Barra betreten musst du drücken weil du bist ja ich bin ja ja klar wie immer wie immer der Führer der Anführer nein nein ich wollte auf die Waffen wechseln verdammt kann jetzt nicht mehr verdammt jetzt ist zu spät so jetzt es gab aber auch irgendwie eine Minimap weißt du wo die Minimap ist ne ne die ist doch da rechts oben ja ne es gab noch eine Minimap ich hab keine Ahnung okay wir müssen hier lang wir machen nur die Missy erstmal den Bonus können wir später irgendwann machen da willst da wollen jetzt warst du Eule vor mir eingeloggt und hat und Arnet hat mich niedergestuft da das tut mir aber auch so leid und ich dachte schon ich dachte schon ähm Nex hat mir das einfach mal die 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 Gilde überlasst ja ich so oh cool es ist deine Gilde Barra deine ja ich hab ja auch schon ich hab ja schon Api schon eingeladen also siehste ja Api hab ich schon eingeladen ja ja der gute Nex ist unser Gilden Papi oder halt Lieder ja er hat nen riesen Hammer warum greifst du nicht an Erik angreifen do your thing hingelingeling bei 10 Goldmünzen einmal rich bitch I'm a rich rich bitch in ne keine Ahnung hallo lass mich doch mal das aufnehmen das ist ja ich hab keinen Platz mehr gut dass wir gerade eben im Außenpust waren ja ja also das das wirst du noch früh genug lernen in Gate Wars 1 gibt es einen notorischen Platz man ich hab ja bis jetzt nur ein Inventarplatz also ja dann sowieso das wird aber später auch nicht mehr das wird nicht wirklich viel mehr okay ich kann sich schon mal dran gewöhnen freu ich mich jetzt schon mal gar nicht drauf ja ist auch nix das habe ich ja auch nicht versehen das wird auch leer gemacht äh leer gemacht sei schon geschlossen ach alter Prunk-Grawl-Kette so so was haben wir denn da Okubabuku Mikih-Makani-Okubamanaka-Kakakakakä au 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 auch Genesung eine Prunk-Grawl-Kette hm so jetzt müssen wir wieder den hebel dazu genau das ist gemerkt dass das merkst du dir ja das merke ich mir was sonst mein gehirn fehlt hat ungewichtige sachen irgendwie raus und merkt sie so zeug ich meine wichtige sachen und ne merkt es unwichtig ist ach ja diese schönen verschlinger die kommen aus jedem kleinen direkt noch wollen die alle an der wäsche wie es so ausschaut mal wer ja ich hab wohl hier so ein geruch an mir der sagt woher töte mich wird gruppe teilt sich folgendes sechs gold hier tun wir das trümmerteilchen aufsammeln ach ja kannst ja nicht ne hast du in der tafel ne doch nicht ne ich hab platz du hast platz ohne ende ohne ende platz wer hat den moa angegriffen ich nicht ich auch nicht doch ich habe ihn angegriffen wahrscheinlich denke ich mir irgendwas war das irgendwas was was flächenschaden gemacht hat so soweit waren wir gestern auch schon ja soweit waren wir auch schon das ist ein gargoyle da oben der senkter gargoyle schädel au 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 passt auf euch auf diese wasserspiegelung also naja war ein stock habe ich bekommen mensch so jetzt müssen wir hier wieder hoch mhm du nur der weg ja ich habe es mir gerade eben bei gilt wo es so wiki angeguckt jetzt gleich das ist doch der falsche weg sammel auf bück dich beschuft war nicht hier auch noch irgendwas wir waren waffen wechseln der schlinger waren hier auf jeden fall ja hier sind wir aber bald so soweit wie bei der letzten folge wirklich irgendwo hier sind wir stehen geblieben ja so ein bisschen weiter nach vorne hier genau hier sind wir runter genau da vorne da vorne war das genau da bin ich stehen geblieben genau da könntest du mal was machen eric nein warum auch ich stehe nur rum und sehe gut aus das ist sein ding so hier oben wieder dran klopfen und trümmer mitnehmen klopfe und die leitung hält das sind die chars da hinten ist noch ein hebel da kommen wir da so durch ne oder ne das ist von der anderen seite ok wir müssen erstmal hier so durch denk ich mal okay irgendwas müssen wir machen irgendwas ich hab keine ahnung wir müssen jetzt wieder zurücklaufen wir müssen jetzt sofort zurück wir müssen den ganzen weg zurücklaufen jetzt ernsthaft wir müssen den jetzt innerhalb von drei minuten müssen wir zurücklaufen und noch irgendwie dinge kämpfen wir müssen wir laufen laufen wir müssen laufen laufen alter jetzt lauf doch ich kann mich nicht schöne mei hast du heut für mich zeit hola 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 sag bitte ja immer geradeaus und weiter lalalala 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 die municipalities ja die wir müssen lauf 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 gib mich auf 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 zu die 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 wenn eine wenn eines euer gruppenmitglieder Hauptbahn kalan mit der neukeit über die erreicht gewinnt eure ganze truppe die mission Geil! Schnell! Laufen! Lauf, lauf, lauf! Gib nicht auf, auf, auf! Schubidubidubi, dumm, dumm, dumm. Sind wir überhaupt auf der richtigen Spur? Ich weiß doch, geil. Das kann halt immer geradeaus. Ja, ja, ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ja, ja. Yay. Zubidubidub SCP-Tamon Dubidudum Naja, erscheint wohl doch noch recht gut zu laufen, oder? Oh Gott. Meldet haben wir ja. Ja, wir haben ja. Wir rennen. Oh Gott, guck mal, da kommt die nächste Truppe von der Seite. Ahhhh. Lauf. Und noch ein Moor. Ja. Also weh, du machst jetzt das Ding und der wird uns sonst one-hitten, ey. Und von hinten kommt die böse Brigade, ey. Wo ist denn der Typ, ey? Wo ist denn der scheiß Marshal? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der muss doch in der Burg sein, oder? Der Kallern, der Kallern, der K-K-Kacka. Wo ist er? Müsst du oben aufm... Warte, dass die jetzt auch die Tore da unten auflassen, ne? Schlimm. Mach die Tore zu ihr! Idioten! Und die wollen kämpfen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er! Schnaaaall! Oh! Holy Mother! Du 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 du. Sehr gut. Wollfahrtsbrandpelz und die Char-Armee waren in einem Tal im Norden, Sir. Ich fürchte, wir wurden entdeckt. Sie sind schon unterwegs zum Wal. Ja, hörst du sie denn nicht? Bist du blind? Bist du taub oder so? Bist du blind, würde ich grad schon sagen. Blind untaub. All dem Char. Es sind zu viele. Wir können sie nicht aufhalten. Der Wall ist verloren. Zeit zum Rückzug. Tschüss. Ach, das ist der durchbrochene Wall. Das ist die, das ist die Yessa Plateau, wo wir grade sind. Von den Bunkern nördlich von Vorranik. Die Char dürfen nicht in die Hauptstadt. Oh, Dranik. Oh Gott. Das ist ein Char. Wohuuuu. Tja. 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 Hipisch. Ban 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 Ban. Alter Schwede. Meine Güte, das ging jetzt aber schnell, ne? Ich hab so viel Zeug ... äh ja. Ich hab nicht aufgekommen mit Gegständem. Die hab ich gegessen ne Brocken. alles auseinandernehmen ja ich muss aber dafür erstmal platz beispiel ist ja das muss das raus machen das kannst du nicht in der city gut ja ich gehe es mal kurz zur tour ich will hier auch immer schön meinen wo ist die truhe alt alt da oben ich spreche mich zu einer truhe alter warum bleibt ihr hier stehen ich will zur truhe nee ey du willst mit ihr sprechen ja mit der truhe klar will ich mir da sprechen ich will lernen jetzt meine meine habseligkeiten will ich der truhe geben ja der truhe habe ich auch geben da habe ich wieder ein bisschen platz im inventar das muss man ein bisschen jedes mal machen sonst hat man nachher ein großes inventar so drücken wir mal auf m wir sind voll dranigt das direkt die nächste mission dann lass mich hier noch ein bisschen da rennt einer rum da läuft einer oh oh baby 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 können wir noch ein bisschen um tage handeln bis ich hier mal über 10 über 10 jahre lasst ihr zeit das ging jetzt aber doch recht flott fand ich die mission ja auch also flumpf ja erst recht weil mein wiederverwettungs ding ist alle habe ich noch eins und wo nein sonst können wir auch noch mal schnell zogeln also das ist das problem ich damit holz brettert auch da rein granitplatten auch hier rein hase lass ich hier gut jetzt geht der rage los was soll das was soll das so dann kauf dir erstmal dein kit da das war in die andere richtung genau ich muss mich hier noch erst zurecht finden ja aber dafür war das jetzt recht schnell gecheckt also das hätte ich jetzt recht schnell gecheckt hier gut wieder zurück kann ich mir noch eins leisten? warte was ist...ja kann ich mir noch eins leisten so gut bin soweit oh alter jetzt habe ich auch das falsche geklickt jetzt kommt nochmal jetzt zumisch hier ja ich bin doch da so ähm mal gildenhalle verlassen alter oh jetzt bin ich raus ohne dich ja ja komm jetzt raus da ja auf gildenhalle verlassen drück g und gildenhalle verlassen alter wunderbar wir kriegen das ja auch noch hin ne ja natürlich irgendwann mal irgendwann mal irgendwas hin kooperative mission irgendwie irgendwie ich hab dir der Einladung geschickt achta was suizid was sui-sweetie habe ich gesagt was suizid was was suizid suizid du arsch genau ober den großen nordwald zurück wehrt die invasion der char ab erlaufen wir den leuten mal hinterher irgendwas müssen jetzt passieren ober zwei stück ein miliz und ein krieger und wir müssen jetzt alle ach ja wir müssen die typen hier unter stützen oh die sehe ich schon recht gut selbst äh hallo du moa ja ein eskalon krieger ist schon tot mr sandmann bring mir nen traum bam 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 das müssten wir wo lang laufen hier lang oder was was macht ihr da jetzt ich hab keine ahnung ich mach ne party ich mach ne party oder was ja dann komm dann laufen wir jetzt einfach hier nach da hinten sind dann noch da oben hinten hinten oben sind noch welche da sind noch ein paar jars dann müssen wir hin zum zu guan blanstdom ich spreche mit guan blanstom Der Grund. Ja, komm, wir nehmen die einfach mal an. Lass mich hier dramatisch vorlesen, okay? Ja. Dramatik pur. Hätte er besser auf seine Ische aufgepasst, werde ich nicht weg. Nee, der ist doch... Der ist, der ist was? Im Krieg? Der ist, der ist doch im Krieg. Der musst du doch weggehen, weißt du, Männersachen. Wenn Krieg ist, müssen die im Krieg gehen und so. Oh, du bist jetzt pink. Ja, äh, mein Lebensbalken ist pink. Auf einmal. Ja, das sind, das sind, äh, Necro-Skills. Die machen keinen Pink. Das ist dann, wenn dein Gegner dich erwischt hat. Das ist dann nicht mehr so. Toll. Naja, schau doch. Das hört sich nicht so gut an. Oh, du bist wieder hochgerannt. Ja, wir müssen hier doch irgendwo... Hin. Hin. Uh, ich wusste es doch, es ist... Ähm. Oh, guck mal, da kommt was angerauft. Ich vergesse, da kommt was angerollt. Hallo! Der Weißfeu... äh, Weißfeuer hier. Oh, das war alles schnell jetzt. Ja, Bara, du bist... Wir sind wirklich viele... ...overpowered. ...overpowered sind wir hier. Oder du bist overpowered. Und dein Level 20 hier, also... Da ist schon wieder jemand. Der, der, der rennt doch nicht weg. Der, ach, das ist der Armin. Mein Sohn, hat düstere Tage. Was? Rettet Dieter Sabarin aus der Chargefangenschaft. Ja, gucken wir mal, ob er das schaffen muss. Ich glaube nicht, aber egal. Gucken wir mal. Oder ist ne Truhe? Ascalon-Truhe. Äh. Warte mal, ist das nicht vielleicht die Chargefangenschaft? Könnte hier hinten sein, oder? Nee, da braucht man einen Schlüssel für. Nee, nee, hier hinten? Nee, hier hinten ist gar nichts. Oder? Nee. Wat? Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Ich dachte, das wär jetzt irgendwo so ein Char-Lager und die haben die... Der so großartig nach... Der so großartig nach... Ja, nachher, komm, das müsst ihr jetzt hinten dann da. Hinten, oben! Weißte, ne? Hinten, oben, unten. Hinten, oben, unten. Hinten, oben, unten, weißt? So schaut's aus. So wie immer. Das sind wunderbare Direktionen. Das ist das. Ansagungen. Ich glaub, das muss nie... Geisterfunkentracht. Ist das was für mich? Weiß ich nicht zur Not alles wiederverwerten, wie man's so kennt ausgeht vor S2. So. Dann schauen wir mal. Einmal hier runter lochen. Ich hole mir meine Scharschnitzerei ab und dann gehen wir da unten weiter. Wo bist... Ich bin verwirrt. Wo bist du hin? Hier unten meine Scharschnitzerei hab ich abgeholt. Ich bin nicht mehr so, wenn ich habschiterei. Alter! Hallo, oh, oh, hallo. Geisterfunkentracht. Wir kommen in Frieden. Nein, war er nicht. Ja, die sehen ja auch nicht sehr friedfertig aus hier. Jetzt wird's nicht mehr. Ja... Wow! Ohohoh. Ohohohohohoh inspire. Oh! Wow! Ja... hart am limit aber du lebst noch noch nur sieht ein bisschen abgefragt hier aus ein bisschen so wie in gilt was zwei so haben wir hier irgendwas okay dann gehen wir hier und dann weiter und werden die die aobenturme bellen ich habe einen tracht aber schießt mich da scheiße leider oben sind auch welche habt ihr nicht gesehen habe ich gerade so umdrehen und plämm er hat es auf mich abgesehen der arsch hat gesehen ui 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 das und der ele der sieht aber richtig knackig aus er hat bestimmt die knackigen ja den kann ich flach legen mindestens ja ja ich sag ja nur die katakomben ja mit dem paulus ja genau ich möchte mit mir irgendwas in den katakomben ich habe immer noch was spaß in den katakomben nennt man das ja ja die 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 Ach ja. Ein Juwelenstab. Ach hier, da ist der Gefangene. Hört sich so schreitend schief an. Glaube ich zumindest. Oh, ich bin jetzt Level 6. Hilfe, die auch sehr waren zu stark für uns. Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir den Bonus gemacht. Gupi. Schön. Die Chars haben viele unserer Freunde getötet. Ja, er red einfach nicht. Ich hörte ja auch nicht zu. Bye. Versuch nicht so arg zu sterben. Ja, wir haben den Bonus gemacht. Ja, aber die Mission haben wir noch nicht. Dann müssen wir erstmal hier langlaufen. Vorne die andere... Den anderen... Den... Den anderen... Den... Den anderen... Das andere Schwert. Mhm. Gab's in der anderen Mission auch einen Bonus? Ja, da gab's auch einen Bonus, ja. Aber den haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist auch nicht so schlimm. Den kann man auch nachmachen. Ach ne, müssen wir nicht. Da zumindest müssen wir den nicht aufnehmen. Ja, genau. Außer es wird ausdrücklich gewünscht. Von mir nicht, ne? Die Mission haben wir jetzt schon mal. Also da... Der Bonus ist, glaub ich, gar nicht so schwer. Aber egal. So. Ähm... Da unten müssen wir jetzt wieder hin. Und die werden wir jetzt auch noch schön vermöbeln. Ach ja. Tja, die wollen aber auch echt alle Popo klatschen, ne? Den da wohl drauf. So, da unten haben wir wieder ein Boss stehen. Hm. Ich will gleich mal hier hochgerannt kommen. Boah. Passt auf euch auch. Ein Waldläufer, ein Boss. Wow. Natürlich hat es wieder auf mich abgesehen. Und wer? Arschloch. Eche Loche. Eche Loche. Eche Loche. Eche Loche. Was ist denn das hier als zerstörtes Katapult? Okay. Kann man da irgendwann mitmachen? 7 Gold, jo. Schön. Ähm... Das ist... Wo müssen wir denn jetzt? Hier hinten lang, denk ich mal, oder? Kann man hier lang? Ja, da ist ja noch einer. Den müssen wir noch töten müssen. Das ist gut, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Immer gucken, wo irgendwelche... Irgendwelche Gegner rumlaufen. Dann wärs ja so, oh ja. Ach, da muss man lang. Aber hier ist... Ende. Das war natürlich super, dass ich das gerade jetzt gesagt hab. Ja, das ist... Also wirklich. Also, wuh. Das war natürlich geplant. Ich glaub, wir müssen zurück. Da hinten war so ne Abzweigung, glaub ich, nach oben. Schaut zumindest auf der Karte so aus. Mhm. Ja. Hm. Vortranik. Wer hat die Invasion der Char ab? Das machen wir ja gerade, ne? Da sind wir gerade auf dem Weg. Mhm. Und jetzt machen wir nochmal ein paar Chars. Tutti Frutti hier. Flammenschwingen-Rüstung, aha. Mhm. Ja, so ist das. Die kleinen Chars kriegen Popo-Klappe! Yay! Die da vorne auch. Wir müssen, soweit ich weiß, alle, die hier vorne rumlaufen, töten. Alles töten. Okay. Alles. Alles, was rot ist, muss getötet werden. Ach, ist ja... Eine Tötung, die ist... Lustig. Eine Tötung, die... Was? Was? Natürlich nur in Guild Wars, Leute. Jetzt also... Nur in Guild Wars. Mord ist nicht okay. Ja, war auch schon mal wieder. Mord ist nicht okay. Mord ist nicht okay, Kinder. Oh. Oh, cutscene. Ich reparierte gerade diesen Tribok, als der Char ankam. Mir fehlen Auslösehebel, Rückhaltebolzen und die Spannkurbel. Was? Bei den kaputten Trieböcken, nach diesen Teilen. Und dann bringt ihr sie zu mir. Wenn ihr das macht, dann kann ich diese Schönheit reparieren. Und die Char kriegen eins auf den Pelz gebrannt. Schönheit. Ernsthaft? Um den Tribok dann zu aktivieren, zieht den Hebel einmal zum Laden. Und ein zweites Mal, wenn er dann trifft, werden nur noch Splitter übrig bleiben. Aber beeilt euch, die Char am Wall werden immer mehr. Die vermehren sich, ne? Mhm. Hab ich gehört. Also, wir müssen jetzt alt drücken. Wo haben wir denn? Da hinten ist ein zerstörtes Katapult. Okay. Ähm. Zerstörtes Katapult ist auch hier unten irgendwo. Gucken wir mal. Irgendwas muss ja... Hier müssen ja diese Viecher rumliegen. Vielleicht bei dem zerstörten Katapult, dass wir da irgendwelche... Ähm. Äh. Wann schon. Sachen kriegen? Wir brauchen jetzt drei Sachen, ne? Mhm. Drei Sachen. Das wär jetzt schon mal eine Sache. Dann geht ihr... Dann... Oh, Alter. Jetzt Leute, die... Wie die hier alle bei mir da rumstehen und ich hier nicht durch die Gegend laufen kann. Ähm. Ich warte schon mal nicht. Dahinten ist auch wieder so ein Ding. Aber das stehen ein paar viele Chars außen rum. Und äh... Kinder sterben ja lustig. Aber muss jetzt auch nicht sein, ne? Wieso? Wo bist du jetzt? Da unten ist da noch ne, äh... Ja, das ist noch so ein zerstörtes Katapult. Gut, gut. Dann gehen wir da auch noch hin. Dann nimmst du jetzt gleich, ähm... Dann nehm ich das Ding, ja. Ja, dann geh ich schon mal zu den anderen, weil ich ja direkt die ganze Gruppe hier bei mir hab. Ich bin ja hier Master of, äh, of the team hier. Ja, du machst ja einfach mal alle tot. Ja, und ich hab's ja auch alle hinter mir herlaufen. Hm. Weißt du ja, ich hab immer ein paar Leute neben mir herlaufen. Ja, das ist immer deine Gang, den Squad. Ja, genau. Und trotzdem werd immer ich angebrochen, äh, ange... Angebrochen, ja. Ja. Ja, die alte ist schon wieder kein Bock mehr. So, da teilnimmst du jetzt und quatscht den Typen an, der grad eben gequatscht hat. Ach guck mal, was hab ich da für ne Stange hab, du. Bum, 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 bum. Anquatschen hier. Oh. Ihh, ach man, ey. Wie kann man so laufen, wie man laufen will? Ja, weil da immer so viele Berge dazwischen stehen, ne? Ja, ist schlimm. Jetzt den Hebel hebeln. Jetzt Marine. Was denn? Ich drück so oft, wie es nur geht, auf dieses Teil, aber... Und es funkt. Oh! Sind alle tutti. Alle tutti frutti? Ne, da hinten laufen auch welche rum. Muss man auch noch... Ich glaub, wir müssen echt wirklich alles, was hier noch so rumfleucht. Weil sonst geht das, glaub ich, nicht zu Ende. So, haben wir da sonst noch was? Oder ist das jetzt... Sind die alle tutti, ja? Alle tutti? Ihr seid alle tutti? Ihr steht auch nicht nochmal auf, ja? Wirklich? Wir hoffen mal nochmal ein bisschen rumstornen hier. Und durchlaufen. Da sind noch welche. Ja, da hinten, ne? Mhm. Da müssen wir... Da läuft jetzt so einer lila, weißt du? Die Frage ist jetzt grad, wie wir da hinkommen. Wollen die einfach runterlaufen? Ja, ich versuch's grad, aber irgendwie... Alter, müssen wir... Ach, vielleicht da hinten, hier. Hier so runter. Ja, klar. Da hinten kann man runter. Mhm. Aber bis man das wieder gefunden hat, ne, ist ja sowieso wieder Weihnachten. So. Mhm. Mhm. Und wie das mit unserer schönen Misti hier weitergeht, das könnt ihr in der nächsten Folge gucken. Ja, dann bis zum... bis zum nächsten. Bleibt sauber! Bye! Bye!